Ich arbeite bei Firma Möhrling. Heute will ich euch mal zeigen, die neue Maschine von der Firma GDW. Super Maschine übrigens. Ich bin eigentlich seit 25 Jahren Werkzeugmacher. Ich habe schon an vielen Maschinen gearbeitet, konventionell gesteuert. Aber die Maschine, die kann was. Da sehen Sie hier, schräg, kommt hier schön an die Maschine drin. Die ist sehr laufruhig, stabil. Wir drehen hier Vollartmeter. Ihr dürft das jetzt nicht mit Hartdrehen. Das ist Vollartmittel, das ist richtig hart. Und dafür braucht man wirklich stabile Maschine, damit man nicht so viel Verschleiß am Werkzeug hat. Das gucken wir mal hin. Das sind diamantbeschichtete Platten. Ja, sehr benutzerfreundlich. Wir können ja mal einmal einen Testlauf durchführen, wenn Sie wollen. Das ist Kleiner. Oh, ja. Verdammt. Ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020